ja hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei king of retail könig des einzelhandels schön dass ihr dabei seid ja wir haben jetzt kurz nach dem aufnahme nach dem livestream am sonntag aber ich wollte einfach noch mal ein bisschen tun wir haben ja alles eingestellt soviel ich in erinnung habe und daher cornelia ist auf kurs und daher können wir direkt in den tag starten es macht einfach tierisch spaß und ist tierisch sucht anfällig für alle die es noch nicht spielen tut es euch an der preis ist auch erschwinglich also vor allem was hier alles hinterlegt ist also läuft ganz gut am beliebtesten um laden gehen wir haben noch ein bisschen was im konzern ok der kommt ja hier das rote hemd kommt jetzt hinzu wir müssen noch mal gucken hinten bei den trikots auf wir da nicht noch ein trikot hinzunehmen da würde ich mal sagen hier bestellungen artikel kleidung jetzt kann man hier schön nach sport da will ich jetzt wirklich die teuersten nehmen hier unten wirklich das schwarze haben glaube ich noch nicht und das grüne würde ich dazu nehmen das sind zwei aber erst mal fünf stück bestellen ja dann kommt die mit der mittags lieferung falls heute mittags was bestellen okay das läuft schon mal hier wir haben offen das hier drin ist da die mir so voll mal gucken ob wir hier also das lager ist voll so hat das in die roten das ist schon mal gut die fäden ja noch müssen halt gucken dass wir hier wirklich das alles gut stellen wir lernen jetzt am ersten laden gefällt mir hier halt noch nicht vielleicht gehen wir da hinten auf grün das heißt wenn wir jetzt hier hingehen und sagen habe pipette jemand nein wollte gerne das nicht So, das sind die, wenn ich jetzt auf Bipette gehe, die können wir dann hier hin. Okay. Gucken wir hier mehr hin. Von denen, ja, ne? Kleidung, Oberbekleidung. Kleidung, Kleidung, Oberbekleidung, die Dinger hier, da. Da nicht. Eins da. Okay. Okay, jetzt sehen wir, können wir hier gucken, Oberbekleidung. Okay. 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 Wir gucken mal die ganz kurz an, kopieren. Äh, einfügen. Einfügen. Das heißt, wir haben hier nochmal sechs platz, ne? Und wir die hier nehmen. Ne, die würde ich gerne dann hier doch drauflegen. Hier, die Polos. Die könnte man nehmen. Schauen wir, ob ich hier die Polos drauf bekomme. Fangen wir hier an. Kleidung, Polos, Kleidung. Das müsste LaFashion sein. Dann nehmen wir Rot und Pink. Fashion. Mal gelb und weiß und grau hier, ne? Und nur noch gelb. Das ist die hier, ne? Gelb und schwarz oder so. Und das können wir hier stehen lassen. Dann machen wir jetzt nur erst mal, damit die, die es nicht auffüllt, wieder. Aber, ob man es erstmal so. Ja, kann ich mal kurz machen, versuchen. Schwarz fehlt noch. Genau. Schwarz, bohre Kleidung und dann machen wir hier Fashion. Genau, da haben wir jetzt hier grün. Hier grün ist da drüben. Schwarz haben wir auf jeden Fall noch. Und. Grün haben wir auch da drüben. Ich weiß ja nicht, was sonst noch. Gibt es davon nur, ähm, müssen wir hier schauen. Wir haben da Verkäuferin. Deckel finden, Oberbekleidung. Fashion. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 6. Rot, pink, gelb. Gelb hatte ich noch gesagt, ne? Voll, Kleidung, gelb. Ach da. Sehr cool. Haben wir das schon mal wieder aufgefüllt? Müssen wir halt auf das Pfeifen hören, ne? Ja, einer ist ja circa. Dann sieht das eigentlich ganz gut da hinten aus, ne? Ja. Und noch hier die normalen T-Shirts, oder nicht? Ja. Okay. Sollen wir hier noch Jacken, oder? Gibt es denn noch Jacken, die wir nicht haben? Aber die Jacken wären wahrscheinlich nach Fashion. Die sind nicht nach Fashion, die sind Street Food, oder Sports, ne? Doch nicht. Street Life. Ja, hier. Hier unten haben wir 1, 2, 3, 4. Die haben wir eigentlich alle, ne? Gucken wir jetzt hier noch mal die ausprobieren. Wobei eigentlich müssen wir grün nehmen. Okay. 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 Einfach Kaufen, Kaufen, Kaufen. Neue Ecke. Mal fotografieren. Doch, so gefällt es mir schon fast besser. Wird sogar komplett so umstellen, oder? Ja. Ich kriege noch wesentlich mehr dahin. Ja, jetzt habe ich schon. Das ist 15 Uhr. Mal gucken, dass wir hier hinten noch mal auffüllen, und dann... Dann einmal die Mindestmenge bestellen hier, ne? Dann einmal die Mindestmenge bestellen hier, ne? Ja. 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 So, Doppelkasse ist auch nicht mehr besetzt. Na, da kommen die Pakete. Das könnten wir noch hier irgendwie wegbekommen. Könnten wir hier vorne hinbekommen. Danke. Gute Kleidung, mal gucken. Das ist weiß-schwarz, ne? Das sind noch die eigentlich hier. Oder welche ist das? Oder welche ist das? Wollen wir mal gucken? Ohrbekleidung. Ah, das sind die hier, ne? Die einfachen T-Shirts. Weiß und schwarz. Grau. Ja, ne? Grau. Doch weiß und schwarz und grau. Dann würde ich eventuell hier das nochmal abinnern. Aufmachen. Ähm. Auch. Was. Und weiß. Okay. 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 Und. Und. und die wahrscheinlich gerne jacken witzken so hört er mich überhaupt ja okay ich gerade warum hier drüben doch jetzt hört er ihn auch mein gott tut mir leid 14 minuten ohne ding 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 das ist schon schwierig leider keine zeichnung auch füllen hier ist doch jemand egen dich Hey, kannst du mir helfen? Hey, kannst du mir helfen? Auch? Hey, hast du eine Minute? Nee. Hey, ein bisschen Hilfe. Einfach kaufen. Mal gucken, was ist hier? Einfach kaufen wir da? Das ist leider so. Mal gucken, ob wir jetzt hier schon die Jacken haben für. Ja, da sind sie. Wer sind sie nicht? Grün, grün. Das ist grün. Hä? Was ist da oben? Vielleicht das andere sind die, ne? Die sind das hier. Ah, ne. Okay. Guck mal, das war schon wieder früh. Ah, das sind die grünen. Jetzt ausgepackt hier. Ja. Sehr schön. Und für hier hatten wir jetzt für hier was geholt. Weiß es gar nicht. Jetzt werde ich sowas von vergessen. Ich muss noch einen Tag machen. Lass uns mal in zwei Tage machen. Ich muss noch mal. Wir werden jetzt mal ganz kurz hier schnell Mindestmenge bestellen. nochmal. Ähm. Der erste packen wir die Reihen hier. Die, äh. Hier, street food, street life hier. Grün und gelb brauchen. Äh, grün und schwarz. 5 auf 5. Okay. Dann haben wir bei den Trikots was drin. Sports. 1,2,3,4,5,6. 1,2,3,4,5,6. Da glaube ich schwarz und grün würde ich jetzt mal nehmen. Ich gehe mal überall auf 5 würde ich sagen. Dann haben wir nicht so viele im Lager liegen. Okay. Bei den Hemden hinten waren wir komplett durch, ne. Was wir können hier Mindestbestellung. Ja, ist auch schon wieder viel, ne. Wir haben hier was. Cornelia ist gelevelt. Jessica auch. Also erst zur Schulung. Merle. Auch wieder leveln. Sehr schön. Wie sieht's morgen aus? Wir haben Kasse. doppelt besetzt sogar. Sehr schön. Wir haben die Annabelle, die mir hilft beim Auspacken. Wir haben die Jessica und die Leonhard, den Leonhard, der verkauft. Und Cornelia macht Marketing. 11.000 haben wir. 400. Ich muss gucken, ob ich wirklich hier die Bestellung ausgelöst habe. Bestellung heute zweimal schon. Ja, wir haben grün sogar bestellt, ne. Das ist gut. Deswegen waren die jetzt gar nicht dabei. Okay, wir können direkt loslegen. Wie sieht's aus? Hier geht noch ein bisschen ab. Sonst zu Herren sieht noch okay aus, ne. Das heißt, wir können direkt zum Laden springen. Kommt. Ähm. Das heißt, hier hinten müssten wir eigentlich... Ne. Wir müssten eigentlich Ruhe, Kleidung, Sport. Ja. Grün und Schwarz. Dann haben wir hier die Trikots auf jeden Fall. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Soll ich das so umbauen wie hier an der Wand? Oder soll ich diese Schränke lassen? Vielleicht auf der Seite, dass wir hier auf jeden Fall umbauen. Wir haben offen. Die Mia ist da. Halt. Ja, so. Oder soll ich das? Ne. Nein. Geh! Geh! mal schönes Lagerlernen Janabell hilft mir schon, wo ist es, wo ist es, wo ist es Ja Zack Ja Ist auch alles hier aufgefüllt, hier fehlt was Ja, das gefällt mir auf jeden Fall besser, wenn das so ist Okay, ruhig mal, ich will mal hier weitermachen Ich glaube, ist das nicht ganz so viel Verlust hier immer Dann brauchen wir hier wieder die Kleidung und Und zwar die Geht noch nicht, aber vielleicht dann Sieht nicht so aus, oder? Wie hatten wir vorher sechs hier? Ne, drei, ne? Also wir kriegen auf jeden Fall mehr da dran jetzt So Kleidung, Oberkleidung Was ist das? Ne, Spot, Fashion, Ne Closes, Ne Live Ne Game 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 Läuft Ne, Gelb ist hier nicht richtig Gelb ist hier nicht richtig Danke 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 Sehr schön Dann haben wir hier nochmal Ähm Oberbekleidung Danke Danke Ah, da sind die, ne Das müsste eigentlich... Ach, den hatte ich noch mit drin, ne? So, das heißt, wir müssen hier auf... Rechnung auf 5 Auf 5 Auf 5 Auf 5 Okay Das heißt, wir haben jetzt das ganz gut rübergekriegt Ähm Machen wir das auch nochmal leer Machen wir das auch nochmal leer Machen wir das auch nochmal leer Kleidung 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 Obergeschoss Äh Hey A little help Gut Und grün, ne? Und dann hier Kleidung Obteile Und dann das hier Ok Okay, okay, okay. Dann Kasse, Kleidung, Oberabteile. Ähm, ja weiter gehts. Ober. Gut. Dann gucken wir, die haben wir da. Die haben jetzt hier Rot und Schwarz. Und was haben wir jetzt hier gehabt? Gut. Gut. Rot hatten wir da unten und Weiß wahrscheinlich. Haben wir auch schon. Hi, spare 2 seconds. Hi, spare 2 seconds. Was haben wir jetzt da? Hey, can you hit me? Das Rote hier fehlt, ne? Ja. Dann haben wir jetzt die auch ein. Haben wir sogar noch Platz gewonnen. Mal hier gucken, was wir haben. Thank you. Hey, have a minute. Ich würde jetzt auch sagen, wir bestellen nochmal. Oder wir bestellen halt mal nicht. Hey, have a minute. Hi, spare 2 seconds. Hey, can you help me? Hey. Hey, have a minute. Okay. Bei allem gewinnen wir auch genug Platz für andere Sachen dann, ne? Hey, can you... Hey, a little help. Hey. Jetzt ist die Frage, was hier dran kann. Fehlt eigentlich nichts, oder? Haben wir alles jetzt ganz gut. Das haben wir, das haben wir. Die Trikots haben wir, das haben wir. Die Polos haben wir, ja. Und daher. Hey. 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 Hey, have a minute. Dann kann man immer kurz sprechen. Hey, can you help me? Was wollen wir denn mal empfehlen hier? Thank you. Thank you. Nicht dafür. Thanks. Hey, can you help me? Okay. Das heißt, wir haben hier noch Platz. Hey. 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 um... Hey. 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 got a second. Hey. You need to happen with stuff? Hey, have a minute Hey, can you help me Excuse me Excuse me Thanks Thank you So, okay, pack aus wieder Thank you Hey, have a minute Hi, spare two seconds Hey, can you help me Thanks Thanks Hey Hey, got a second Hey, can you help me Hey Thanks Excuse me Thanks Hey, hat man ordentlich was zu tun Bin auch schon bei 34 Minuten Thanks Excuse me Das ist auch der Grund, warum ich halt nochmal bestelle Weil Es wird ja auch Kommt ja halt Wird ja halt wieder Gekauft Und am nächsten Tag Ist man nicht so angewiesen, dass man direkt wieder Loslösen muss So So Ah, voll Hey, got a second Thanks Nicht dafür Okay, dann sind die auch wieder da Die Hemden Auf jeden Fall jetzt Diese Hemden da Die ganzen Gamer-Sachen sind schon wieder da Ich muss mal Gedanken machen, was wir noch da reinpacken Hey, have a minute Wo? Ja Da, Oberteile Und ist kein Verkäufer mehr da, ne? Nein Was ist denn das nochmal für ein Haben wir denn hier noch ein Hemd hingegen? Das kommt mir noch, okay Thank you Grüne Hemd, sehr gut Mir gefällt es auf jeden Fall so Ich könnte gerne mal sagen, wie es euch so gefällt Ich könnte auch mal hier durchgucken Ne, ne Hier durchgucken Closed jetzt Closed Cool Jo Die bringen wir auf jeden Fall noch ein oder zwei hin Ja, ich glaube, die gefallen mir definitiv besser als die Kisten hier Die werden wir noch umstellen Dann kriegen wir auch mehr Hemden rein Hier vorne vielleicht dann noch eins Können wir hier die Hosen dann auch schon sammeln? Ja Definitiv Das ist schon mal gut Schließen Wir machen keinen Riesenumsatz, ne? Kein Riesengewinn 800 ist okay So, wir haben zwei ungelesene Nachrichten Wir müssen es einmal noch machen Wir müssen es einmal noch machen Ich hoffe, ich gebe einen freien Tag Ich möchte Gehaltserhöhung Ach, freien Tag Nimm dir einen Tag frei Leonard Und dann Melden Gehaltserhöhung Leonard Das ist doch gut Das ist das, was wir eigentlich jeden zahlen Passt So, einmal hier noch die ungelesenen Nachrichten Wenigstens löschen Sonst Alle auswählen und löschen Dann einmal noch die Mindestbestellung kurz durchgehen Mir fehlt das grüne Hemd Irgendwie kommt das nie mit So, 4, 6, 8, 10 Hier dieses, ne? Kommt irgendwie nie mit Ich weiß es nicht Ich muss da eigentlich passen noch Dann Jacken haben wir, ne? Ja, jetzt war Jackenhammer Sport Sachen Habt ihr auch auf 10 Ja, die Dabei Wie sieht das denn bei den LaFashion Polos aus? Dann mal auf 5 gehen Damit ist nicht das Lager so blockiert Dann mal da kein Hochregallager haben Das bringt nichts Und die gehen wir auf 9 hier 5, 5, 5, 5 Okay, sonst ist das Lager die ganze Zeit Bestellung Ja, dann war das die Folge Jetzt für heute wirklich überlängert Doppelfolge eigentlich Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht Und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt Zur nächsten Folge Ich gucke gerade nochmal durch Wen wir hier haben Aber es ist niemand dabei Den wir bewusst reingetan haben Von daher Bis dahin Tschüss Euer Steffen